leute willkommen zu einem skybox video von mir von 2008 und heute werden wir skybox spielen ja leute werden wir skybox spielen ja leute werden wir skybox spielen ja leute wir kommen bis neue abstufe 8 ok dann bekommen ich money 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 bitte geil mit bitte geil mit bitte geil mit dem rot wieso habe ich nur girls mein team zwei girls und zwei boys passt doch zwei girls und zwei boys naja vielleicht sind ja nicht mit diesen so schluss und ja mit den zerstörbaren blöcken aber da habe ich das video neu gestartet ja zum glück ich bin einfach nur zu overpowered für das game leute können doch nur rüstung anders und dann denkt die widerschaft nur die ich hätte dir an aber loria wartet immer noch zu zweit oder wartet mal nein wir sind sogar noch zu dritt sind wir auch noch zu viel hier war kein jump drin aber das mädchen von ulala ich folge dem mädchen mal lieber und gut um ein paar chests ihr klein ehrenlosen glaubt mir doch nicht alles aus den kisten die waren gerade so ehrenlos zu mir so ehrenlos das waren gerade so ehrenlose naja ich bin voll die ja ich bin voll die ja ich bin voll die ja und hab's na ich bin nicht voll die ja ich dachte nur wegen mein skin aber leute ich denke die jetzt können denken oh wer ist denn da ähm kannst du dir mein scheinmodul hinlosen nein muss dich beschützen und ich bin wir ihn noch holen wir hätten voll die ja nein ich muss sie beschützen so steht das im bauts kodex hallo 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 so steht das ja im bauts kodex denn ich habe ihn geschrieben hier ist ja sogar die versteckte chest aber die wurde schon gelootet von diesen ehrenlosen kleinsch da ist sie sogar und die ender chest die hole ich mir aber ich bin halb verzaubert die ja ich bin halb verzaubert die ja da ist sie sogar leute hier ist sie leute ja wo ist sie überhaupt doch da ist sie warte lebt sie noch ja das ok leute nein wir dürfen sie nicht alleine lassen sie braucht ein mann der der sie beschützt zum glück hat sie einem team wir dürfen die nun schon alleine lassen und ich gucke es auch immer ein chat ob sie noch lebt da hatte jemand kein glück ich hatte glück du hattest kein glück das ist so eine runde die man abfeiern könnte theoretisch wo ist sie wo ist sie wo ist sie denn leute nein sie wird angegriffen muss sie beschützen nein leute ich beschütze sie leute beschütze sie es gibt keine andere wahl wir haben sie wir haben sie ich habe sie beschützt ich habe sie beschützt ich habe sie beschützt leute bin ich ich mir fehlt nur noch ich bin fast voll verzaubert die ja mir fehlt nur noch diese brustblatt dann bin ich vorzaubert die ja aber ich bin voll die ja leute ich bin voll die ja wir sind jetzt nur noch im schotter mit blau und mit den hübschesten team mit der welt ach kommen anderen zurück warte sind wir noch zu zweit nein wir sind sogar noch zu dritt wo ist sie auf unsere die meine kiste habe ich pfeile ich habe pfeile okay wir können nein der andere darf sich jetzt nicht allein in das gefecht begeben hat er hat er sich selbst eliminiert dieser kleinen hat die sich selbst eliminiert nein nein bitte sterben ich bitte sterben ich bitte sterben ich würde mich selbst für sich opfern als tut nein leute nichtsdestotrotz die runden gehen trotzdem weiter in der letzte runde haben wir nur eine runde gemacht aber jetzt machen wir noch eine zweite runde leute denn ja eine zweite runde ich hatte ja nie sagt man doch immer so gerne oder leute habt ihr das nicht so gern gesagt also ich hab's immer gern gesagt ja leute und es ist eine schöne map und es ist eine schöne map und wir sind mit steves und mit dings im team ja sogar die perfekteste map die ich die map die also die maps mein lieblings map mit dies meine mit mein lieblings mit einfach könnt ihr könnt ender perle gut ich habe jetzt zwei ender perle ich hoffe mal die klauen wenn ich meine ender kann wenn ich sterben und so okay ich muss aus richtiger als wie hat mich diese streichen ein spaß ich frage mich wie ich das nicht geschafft habe zu überleben in der letzten runde und dabei hat mir noch so jemanden hübsches in der runde habe ich das nicht schon mal gesagt dass muss woanders gewesen ja ich bin jetzt wir sind sie wir sind schon so gut wie gerettet keine sorge euer bauts vater ist hier diese loss dieser unsere team jeder hat aber dass die mitte gleich in einer mitte das ist ja auch geil mit leider hatte ich mein team gerade wieder mal etwas abgötig mit oder nur für den fall dass das video abstürzt sage ich an der stelle mal schauen bis zum nächsten mal aber nur für den fall dass das video abstürzen sollte sage ich jetzt schauen bis zum nächsten mal okay nur für den fall ich glaube wir sollten hier etwas nicht safe sein habe ich sie ich habe sie aber ich glaube ich sogar kommen wieso sind wir nur noch zu dritt kommt ihr ihr kleinen angst hast muss papa euch erstmal wieder trösten hat mich dieser klein lustig mit rum ja leute ich bin noch eine runde das ist aber die letzte nach der runde beende ich das wie leute nach dieser runde würde ich das video dann auch beenden denke ich nach dieser runde beende ich das video auch denke ich leute und darum würde ich auch sagen jetzt schon mal nochmal für den fall dass das video abstürzt schauen bis zum nächsten mal weil das das video abstürzt das video schon öfters mal abgestürzt wisst ihr noch das video schon öfters mal abgestürzt und ich bin auf der anderen seite sogar und hab's überlebt und ich hab's vielleicht sogar noch auf die andere seite auf die andere 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 und auch nicht diese tricks mehr wie sieht sieht ihr hübsch aus zeigt sich mal zeigt sich sie sieht auch mit hübsch aus ich hasse diese minecraft skins die man immer beschützen muss weil sie selbst nichts auf die reihe bekommen hier wurden schon auf das war zwei tnts in den land nein 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 ihr kleinen lustig ich habe nur ein herz ich hab nur noch ein herz bitte können die mich nicht nochmals so lange lassen und sich lassen bitte aber wenn meine team es so schlau sind und sich selbst überbauen können dann brauchen wir sie eigentlich gar nicht oder so team es ihr braucht ihr braucht mich eigentlich gar nicht weil ihr euch ja selbst überbauen könnt stimmt ja ihr könnt euch ja selbst überbauen und lasst mir dann nichts übrig ich warte wir gucken ob es die team will wir gucken ob die team nein lass dich doch team man du ehrenloser die war so ehrenlos wir hätten team können wir hätten team können man werden team können ich bin nicht so ehrenlos leute keine sorge mit mir könnte man die mit mir kann man team ich freue mich immer wenn man mit ihm will ich ich freue mich immer wenn man mit ihm ich habe noch nie das heilige bunte teams gebrochen ich glaube nicht dass er nein nein dieser hintergeher dieser hintergeher leute wir spielen noch eine runde und nach dieser runde beende ich das video und ich sag schon mal bis zum nächsten mal für den fall das video wieder abstoß ja leute ihr wisst auch und übrigens ich werde auch nach dieser runde das video beenden ich verspreche es euch ich bin einfach so ein richtig krasser speedrunner manchmal aber nein nein ich habe keine option im team die es beschützen kann okay also ja leute dann würde ich sagen ich hoffe diese runde wird auch wieder mal richtig geil dann und ich übrigens ja ja bitte gönn knoppig nemo leider nur das ambush wert wär der block nicht gewesen wäre ich runter gefallen wie sagt man immer so schön sei immer der der du sein willst und ich möchte du ihm sein was macht dieser lustig der tut alles runter werfen dieser kleine ich sag nichts dazu hallo ist hat er er hat den kampf vorlassen vorzeitig sogar gönn doch einfach mal abgelaufen nein das kannst du nicht machen wieso macht er das wieso ist er so hardcore wieso ist er so scheiß hardcore er hat sogar überlebt ich frage mich wie er es überlebt hat und warum er es überlebt hat aber egal ich habe keine blöcke die blöcke sind mir ausgegangen erst mal anderen team mit geopfert obwohl leute ich wie nach der runde doch noch eine runde hat mit dem moment ich bin nach der runde noch eine runde aber ich musste den team mit opfern er wollte er wollte mich hintergehen er wollte mich hintergehen bestimmt wollte er mich hintergehen bestimmt ich hab's schon in seinen augen gesehen dieser kleine wollte er mich gerade auch hintergehen oder ist der einfach nur wütend auf mich dass ich den anderen team mit gekillt hab ok ok danke dafür dass du dieser kleine ehrenlose spaß die hat versucht mich umzubringen hat er auch gemacht also ich bin noch eine runde und nach der leute ich bin noch nach dieser runde beenden wir das video ok leute das weiß ich auf jeden fall auch nach dieser runde beenden wir das video leute das weiß ich auf jeden fall schon mal ich hoffe mal wir kommen auch mit den mädchen in eine runde einfach nur hoffe ich mal sobald wir mit den mädchen da oder mit einem anderen mädchen da oder mit einem anderen anderen mädchen bitte bitte und lass uns eine gute mätze lassen ja sind nur mit jungen sind runde wir sind sogar mit denen ich bin dumm in die runde gekommen wie sieht er denn aus ja so wie er aussieht ist er dumm Leute ist ja nix tun gut aber das sieht aus wie ein Steve und ja Steve sind dumm tut mir leid wie sie ist ich sag's doch so wie sie ist ich sag's doch so wie sie ist kann man eigentlich voll verzaubert die hat ein frage ich mich grad ich glaub sogar nicht denn aus irgendeinem Grund bin ich grad so speedrun süchtig ich weiß auch nicht warum ich hab übrigens auch morgen wieder schule heute ich glaub das hat grad keinem von euch interessiert weil das jetzt schon zu tausendmal gesagt haben ich habe zwei er hat aber ein schwert interessiert kein tierschwert mehr hat er sich schon versucht rüber zu graben natürlich sind wir nur noch zu dritt weil sich da weil der sich der andere verabschiedet hat oder ist mir ein bisschen zu dritt nein wir sind zu dritt ach der Mann müssen wir müssen wir in dieser scheiß Grunde alles selbst machen der andere hat mich ja auch versucht zu hintergehen und das geht mir auf die Nerven wenn die alle versuchen mich zu hintergehen lass mich doch gleich umbringen mit den tt alles von Gegnern umgebracht zu werden ich bin nett okay Leute das ist gut das ist gut kram die Leute wir sind noch zu dritt okay wir sind noch zu dritt aber wie es aussieht sind die zu lost einfach laufen einfach laufen die werden zwar versuchen damit die Blöcke abzubauen bestimmt aber ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich weiß es ich weiß es nicht dass ich es schaffen werde hallo so wer hat's denn jetzt geschafft und er nicht soll er dann jetzt einfach nur nicht nach vorne gucken okay mal kurz nach vorne geguckt jetzt nicht jetzt nicht er hat schon die Spitzhacke hat mich dieser ehrenlose Spaß die versucht runter zu kicken wir müssen auf alles vorbereitet sein wir müssen auf alles vorbereitet sein daja wie mich dieser kleine einfach übersehen hat nein nein ich werde angegriffen von denen ich werde angegriffen von denen Schiet 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 das war ein Fehler 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 huuuh nein die roten kommen alle nein nein jetzt mach 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 schnell schneller schneller ich kann kein Block platzieren diese Scheiße ich kann kein Block platzieren Leute, noch eine Runde und dann beenden wir das Video. Okay, Leute, noch eine Runde, noch eine Runde, dann beenden wir das Video. Oh, uhlala, 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 uhlala. Das muss hier hinterherlaufen, muss hier hinterherlaufen. Kann ich mal ihren Skin-Gesicht sehen oder hat sie gerade den Bock, sich mir zu zeigen? Uhlala, sag ich dann mal. Nach der Runde werden wir das Video wirklich, also verspreche ich euch. Ich bin sogar mit der eine Runde gekommen. Ich hatte ja auch nicht mehr so ein Glück. So, atme zu komisch. Ha, ich habe ein paar Schande gekommen, aber das Wort nicht weggepustet. Das tut mir leid, Leute. Die krankesten Animationen allerzeit. Donkey Kong, Donkey Kong, auf wie ich bestelle. Okay, dann können wir, können wir, können wir. Ich bin wem. Knockback, okay. Also Leute, ich frage mich, was mit unserem Team gerade los ist. Ob die andere noch, ja, die lebt sogar noch, okay. Sie hat mir sogar gegönnt. Danke, dass du gönnst. Du Gönnerin. Okay, los, 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 bitte lass mich überleben. Oh, ja Leute, jetzt muss ich mich einfach nur in die Mitte bauen. Also Leute, diese Runde, ich schwöre, sie wird geil. Die erste Runde war aber die beste Runde, Leute. Die erste Runde war die... Ach so, ich baue mich irgendwo hin schon. Die erste Runde ist immer die beste, Leute. Leute, wir spielen noch irre zu, Leute. Nach dieser Runde beenden wir das Video wirklich, okay. Wir spielen noch eine Runde. Und nach dieser Runde beenden wir das Video wirklich. Ich verspreche es euch, Leute. Nach dieser Runde beenden wir es wirklich, Leute. Ich es verspreche euch. Das war Hugh, Brian. Zelda, anderer komischer Typ, der AFK ist. Jetzt wird nicht mehr AFK. Also ich muss mir jetzt einfach nur speeden. Ich muss speedrun machen. Nichts Besonderes, okay. Speedrun. Speedrun durch die Welt. Okay, nichts Besonderes. Speedrun geht weiter. Nichts Besonderes. Speedrun geht weiter. Oh, Diamanten. Die Hose. Ich habe sogar fast voll die hier, Leute. Mir fehlt nur noch die Brustplatte. Dann habe ich voll die hier. Nein, 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 Leute. Ich habe jetzt keinen Bock abzukratzen. Ich habe jetzt echt keinen Bock abzukratzen. Ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt. Ich bin... Ist das denn sein fucking Ernst? Und der nimmt mich nicht mal mit? Der ist so ehrenlos. Der ist so ehrenlos. Das muss bestraft werden, dieser kleine... Nein. Der muss wissen, dass ich nicht so viele Steine habe. Okay, ich glaube, ich vertraue ihm mal. Ich habe ihm vertraut. Und er hat mir viel gebracht. Eigentlich gar nichts. Aber scheißegal. Nehmen wir mal die Ironie mit. Nehmen wir mal die Ironie mit. Nein. Wir werden angegriffen. Und von Trot. Nein. Er hat mich hintergangen. Dieser kleine HRS. Er hat mich hintergangen. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.